Der Pizoll-Panorama-Höhe-Weg Zu den Attraktionen im Pizollgebiet gehört unter anderem der Pizoll-Panorama-Höhe-Weg. Der Pizoll-Panorama-Höhe-Weg gehört auf 2'200 Meter in einer relativ flachen Ebenen-Gelände, so dass er auch für Familien sehr gut geeignet ist. Dann kann man auch schlitteln oder man kann auf dem Wangersee die höchstgelegene, präparierte Naturreisbahn benutzen, was vor allem für Familien natürlich ein Riesenplausch ist. Der Pizoll war schon mit dem Anfang des Wintersports der Hausberg von den Zürcher und St. Galler und man ist auch heute innerhalb einer Stunde von Zürich oder von St. Gallen aus an den Talstationen von Pizoll und kommt dann direkt auf ins Skigebiet. Die Pizollbahnen haben im Sommer 16 gross investieren dürfen. Wir haben 11 Millionen in eine neue Sechser-Sesselbahn investiert und dazu noch in Beschneiungsanlage auf der Bad Ragazza Seite, wo wir den tiefsten Punkt im Skigebiet jetzt neu beschneien können. Bergbahnen haben prinzipiell ein hohes Risiko. So auch Pizollbahnen. Wir transportieren bei unseren 11 Anlagen viele hunderttausend Gäste am Berg. Und da kann natürlich auch immer etwas passieren. Und da ist einfach wichtig, dass wir einen guten Partner haben. Bei uns ist natürlich die Helvetia Versicherung, die uns unterstützt, wenn mal etwas daneben geht. Bei Pizollbahnen haben wir unser All-Risk-Versicherungsprodukt für Sachversicherung angebraten. Das ist ein Produkt, das speziell für Bergbahnen erweitert worden ist, damit man wirklich nichts vergisst, wo man auch Betriebsunterbrüche deckt, die für so ein Unternehmen, gerade auch im Maschinenbrauch, sehr wichtig ist. Die sind ja sehr abhängig von den saisonalen Bedingungen. Und wenn in diesem Moment etwas passiert, dann können wir dort die Hand bieten. Für mich ist der Schlüssel in einer Kundenbeziehung, dass man Vertrauen hat zueinander, damit man weiss, dass wir auf den Kunden zugehen und der Kunden auch auf uns zukommen kann. Oder auch im Schadenfall, dass man wirklich offen reden kann, dass man auch die bestmöglichen Ziele erreichen kann. Bei der Pizollbahnen haben wir schon seit Jahren eine Helvetia Göndel in Betrieb. Das ist ein Erwachsener aus einer guten Partnerschaft, die wir pflegen. Auch die Helvetia sieht, wir unterstützen die Pizollbahnen auch mit Werbung auf der Göndel, die bei uns auf der Wannsenseite fährt. Und da sind wir sehr dankbar dafür, weil da zeigt man auch die Verbundenheit, die wir zwischen dem Versicherer und der Pizollbahnen haben. Das ist ein Erwachsener. Das ist ein Erwachsener. Das ist ein Erwachsener.